Hm, wie kommt's dann mal wie die Warzone mit rein und so? So wie immer. Oh, what is alien? Hm, so'n Dulli, Alter. Ui! Truppmitglied hat eine Niederlage erlitten und kehrt zur Basis zurück. Hm, naja, da müssen wir ihn jetzt auch noch kaufen. Na, meine Fresse. Wollen wir ein bisschen Geld zusammen sammeln, wa? Naja, das geht ja hier in der Stadt. Hier war ich schon. Ne, da war ich noch nicht, aber egal. Eine Schrotflinte. So, dann holen wir den Kollegen mal, wa? Hm, da sind auf jeden Fall welche. Was war das? Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ekschese, nett. Die können schön abhauen. Ich will nur mein Teammate. Äh... Ne, ne? Was soll die Scheiße? Dazu hab ich noch extreme Lacks, wegen Internet und so. Jetzt ist der andere aus dem Team auch tot. Geil. Ey, ich hab hier wohl besser getroffen. Du hast Prügel bezogen. Wie viel Schaden hab ich ihm gemacht? Warum steht das da nicht? Ich hab viel besser getroffen. Dein Quatsch. Top. Da war Geld im Schrank. Oh ne. Was bist du für einer? Geld. Junge. Nimm dir das Geld mit. Was ist mit dir? Junge. Mann. Ja. Er hat's gesehen. Und hat genug für einen von uns. Es wäre ja sinnvoll, mich zu holen, weil ich hab mehr Geld als der andere. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Nein. Kopfgeldziele bestätigt. Schaltet sie aus. Da ist ne Kasse. Oh Junge. Was ist mit ihm? Ey. Der so ein Mudi Bescheid sagt, er soll gehen. Mach doch den Sack auf. Oder nimm doch was Geld aus der Kasse. Warum? Was ist mit dir? Jetzt kannst du uns sogar schon beide holen. Ey. Ich weiß nicht was das hier soll. Ist das jetzt hier ne Geduldsübung oder was? Leck mich doch am Arsch ey. Ey. Es ist wieder da. Mach ich doch was jetzt mit dir. Kauf uns. Du sollst uns kaufen. Kaufen sollst du uns. Versteht ihr nicht, dass wir ein Team sind? Weiß ihr überhaupt noch was ihr hier macht? Junge. Ja. Und wo ist hier alles andere, dass er sich nicht benimmt? Er kann das ganze Team wiederholen. Lass es. Lass es. So ein Dreck. Feinde landen im Einsatzgebiet. Nee. Das geht ja schon wieder gut los. Keine Lust oder wat? Wollte ich haben. Ja. Der Truppmitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Nee. Alter! Was ist denn hier los? Ich hätte das Geld glaube ich nehmen sollen. Oder kapiert er was ich von ihm will. Ja, wie soll ich dich denn da jetzt rausholen? Nein! Nein! Ah! Nein! Nein! was soll das da oben bedeuten dass ich ihn einmal getroffen hab ich habe gerade einen schreck bekommen und dachte das scheiß ding ist noch gar nicht also das ist schon gesetzt ist irgendwie komisch das ganze team auf einmal wieder da dann wollen wir dann bei einer vorratsstation wir wollen einfach nur irgendwie in die zone so wie ich da wo ist er denn schon richtige sniper hätte ich gerne was ist er denn er ist im heli alter was geht denn hier ab unser teammate einfach die ganze zeit im heli irgendeiner ist auf dem dach ich glaube da war gerade einer auf dem dach ich weiß es nicht eigentlich müssen die hier lang kommen gleich werde ich von irgendwo angeschossen und bin tot ja dann ist er zu ne na gut hä was wie hat er mich dadurch gekillt alter du kannst einfach beide kaufen wie geil ist das denn das ist deine drohne das war gerade nicht sein ernst seine eigene drohne beschießen das hat er lange gehalten ja war wieder beschissener einstieg bei mir dachte da schnell hin oh die sniper ja und so ist das passiert dankeschön äh ich würde mal sagen sorry ich helfe dir nicht du bist der letzte auf deinen trupp beende den job ich brauche noch ein bisschen geld fuck mann oh ich dachte da ist keiner wie konnte ich ihn übersehen oh nee oh geil schön ich denke mir auch der ist gut der Gurkensalat wie kam das ja das ist wieder so einer ich habe ihn nicht getroffen der Kartoffelsalat ist wieder aus dem Gulag entkommen das wäre schön wenn mich einer holt ja wo ist es der Gurkensalat der Gurkensalat jawohl alter das sind zwei echt gute Waffen alter wie die hier das geht doch gar nicht extra vorhaut ach mach ich mal einfach es ist einfach die extra vorhaut alter nek nimm hochgeschwindigkeit einfach eine Folge tunet ist rot sieht besser aus ich habe keine Ahnung davon was habe ich getan es hat einfach ein Geräusch von sich gegeben ich empfehle euch die Sicherheitszone auf geile zu vorhaut die haben mich erwischt was wie das denn von da oben das kann nicht wahr sein was ist das für eine Scheiße was soll man machen man erwartet richtig viel das Spiel läuft richtig gut auf einmal Ende total abrupt bis hierhin und nicht weiter leck mich am Arsch tschüss bis hierhin bis hierhin bis hierhin bis hierhin bis hierhin bis hierhin Vielen Dank.